Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ich wollte gerade sagen CSGO Hey Leute Auf Overpass Ah Hi Auf Overpass Auf Overpass Ja doch das ist ne CS Map Es ist auch ne COD Map Ich bleib hier im Ausgang stehen ja Ok Overpass war das auch MW2 DLC noch oder war das schon eine MW3 Ich glaube ja Der Name kommt mir so bekannt vor Aus COD Steht irgendwer den Killer Nein Ja haben wir Nein Wer hat das auf einmal hinter mir steht Ja Kinder haben wir Aber welche Keine Ahnung Es wär geil weißt wir haben immer Angst vor dem Killer und dann ist keiner da Ist keiner gejoint Wer ist es Äh Irgendjemand mit nem Messer in der Hand oder so Nicht mit uns Nein es ist nicht Michael Nein Toll nicht Wer ist es denn jetzt komm Ich weiß es nicht Der hat so ne Maske auf Willst du mich verarschen Der Clown Nein Dann Michael Nein Bist du scheiße Manu willst du mich verarschen alter Du wirst aber wissen welcher Killer vor dir steht Nein Alter Der hängt dich in den Keller Ich bin ja gespannt jetzt wer das dann ist Ja ich auch Leatherface Der hat kein Messer Der hat ne Kettensäge Es ist der Trapper Manu Es ist der Trapper Manu Das ist der Ernst Oh mein Gott alter Really Nigga Äh Er hat mich gesehen Hilf dem Manu Super Marco Jetzt wird das Video wieder demonetarisiert wegen dir Er kommt zurück Er legt ne Falle an den Ausgang Er legt ne Falle an den Ausgang Oh shit Alles klar Hat der da auch ein ziemlich Lauf Schlampe lauf Das ist der dreckige Lache Die dreckige Lache ist halt böse Heil mich Er kommt Ne tu du nicht Oder auch nicht Manu ist der bei dir Der ist hinlegen Ja er legt grad die Falle Ne doch nicht Ah ok Er hat mich aufgekommen Und wieder in den Keller Ja logisch Vorm Haus wäre aber ein Haken gewesen Das wäre kürzer gewesen Ne der will dich da rein locken Damit er außen wieder seine Fallen hinlegen kann Die ist hoffe er versalze ich ihm aber Der hat schon an die eine Der ist in seine Falle gerannt Der hat schon an den einen Ausgang Schon ne Falle gelegt gehabt Muss aufpassen Auch an die Fenster außen Zum rausjumpen Ach Chris halt die Schnauze Ist der immer noch im Keller gewesen? Der ist immer noch hier in der Nähe Nein Ach komm Nein Ernsthaft René? Really Nigga? Ey ich war schon durchs Fenster Vor allem ich war eigentlich am Sprinten Aber er hat es nicht gemacht Aber er hat mein Blink hat er aktiviert Aber den gesprintet ist er nicht drüber Er durchsucht die Schränke unten Oh ok Zum Glück bin ich da nicht rein Ich hab überlegt Will mir wer helfen? Wo sind denn die anderen? Ich heil mich grad Ich bin Das bin ich mit dem Anliegen Geht den Manu gar nicht Ach da Ja und ja Manu du magst es? Ne Ja Ich komm auch Bisschen Support wenn nicht schlecht Ich supporte Ich lege die Tarnsteine Was? Die Pokémon Jokes Und dann liegt ne Fa Was? Du kleiner Ficker Willst du mich gleich heilen? Ne Geh mir raus Ok Oh jetzt denk ich Ich hab den Strike weg Aber ich hab den Strike nicht weg Mein Bomi Ne ne Wohin das Weg ist Bringt er mich echt in den Keller? Ist er gierig? Er ist gierig Aber hinter mehr Dreschner? Treffen wir uns hinter mehr Dreschner? Ja oder hier Ist er gierig? Mal gucken wie schaut es aus Generatoren mäßig Ich bin grad den letzten am Du bist ein Tier Oh Es gibt Business Oh mein Gott ist der blöd Der hat mich gesehen Das gibt's ja gar nicht Hat er ne Falle gelegt? Ich hab glaub ich nix gesehen Hallo Marco Ja? Die Tarnsteine haben funktioniert Ja gut Ja hat er grad Kein Auflockern dabei Das gibt's doch nicht Das ist halt doof ne Das ist aber schön Einer die Die Jokes versteht Brauch Hilfe Ich seh's Aber ich kann dir gar nicht helfen Was ist denn noch? Er rennt vom Trapper weg Er bräuchte ja nicht wirklich Hilfe Aber irgendwie hab ich gar keine Zeit Such mal Ding Such mal aus Ding Such Nein Ihr Ficker Oh da ist gleich einer Mach den gleich auf Okay Ich helf dem René Es lag Ja Ey das war nicht meine Runde Also da hab ich schon besser geglänzt Hast du geliehene Zeit noch? Ja Nicht dein Ernst Warte noch Warte noch Nein Hat's getriggert? Ja Es ist entriegelig Die Tür offen? Ja hier bei mir Geradeaus Und durch Kannst du tanken Nick? Ja Mensch wir sind so geil Und da haben wir wieder das beste Pack des Spiels gesehen Leute Haut rein Und bis zur nächsten Folge Ich bin schon draußen Ja locker Easy Loco Wir verlieren echt selten Ja wir spielen auch verdammt gut Unser Team ist auch verdammt gut geworden Wir sind echt Wir sind Wahnsinn Nutten? Weißt Nutten? Wir sind Nassen Erregung Erregung Ja.